Hey Community, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Small Cap Crypto. Heute reden wir über einen Termin, der findet jetzt am Montag, dem 20. März statt. Leider reden nicht so viele Leute darüber, aber der ist super wichtig, denn es startet die Migrationsphase von der DIN ISO 222. Diese Norm ist super wichtig und interessant, denn sie wird den ganzen internationalen Zahlungsverkehr revolutionieren und technologisch auf einen komplett neuen Stand bringen. Jetzt wird es spannend für uns Kryptoinvestoren. Es sind Kryptoprojekte in diesem Paper mit erwähnt und auch mittlerweile schon zertifiziert und das wird bedeuten, die Projekte, diese Technologien werden in diesem neuen Technologie-Stack mit genutzt werden. Es wird einen riesen Schub geben für die entsprechenden Projekte, insofern sie natürlich genutzt werden, aber allgemein Kryptotechnologie wird weltweit eine ganz andere Akzeptanz erfahren, als wir sie jetzt haben, davon bin ich fest überzeugt. Und wir reden nicht von irgendwelchen Projekten, wir reden von Quant, XRP, Stellar Lumen, Algorand, IODAP. Wir schauen uns das gleich nochmal im Detail an, aber bevor wir jetzt anfangen, denkt nochmal dran, wenn euch das Video gefällt, Daumen hoch, einen Kommentar, sagt mir, was haltet ihr davon, glaubt ihr an die ISO-Norm und wenn ihr schon dabei seid, kommt, abonniert meinen Kanal, es tut euch nicht weh, aber ihr würdet mir und dem Kanal riesig helfen. So, wir sind jetzt mal auf dem Bild, jetzt seht ihr mal die Roadmap für die Umstellung dieser DIN-ISO-Norm, der ISO 222 und die ist schon eigentlich seit 2019 aktiv, diese Umstellung. Man kriegt es aber natürlich nicht mit, weil da ganz viel im Hintergrund passiert, aber ganz wichtig, im Jahre 2025 soll diese auch abgeschlossen sein. Das bedeutet, ab diesem Zeitpunkt müssen alle Teilnehmer an dem internationalen Zahlungsverkehr, also irgendwelche Banken, Kredite und wer da nicht alles teilnimmt, diesen neuen Standard sprechen. Und dieser Standard hat natürlich einen riesen Mehrwert im Vergleich, so wie es vorher war. Vorher gab es keinen einheitlichen Standard, es gab unterschiedliche Technologien und wie ihr es vielleicht auch wisst, wenn unterschiedliche Technologien da sind, muss man Sachen umkonvertieren, Informationen gehen verloren, es passieren viele Fehler. In Zukunft gibt es ein Format, ein standardisiertes, womit alle sprechen können und das wird uns als auch Kunden noch Vorteile geben. Denkt mal dran, wie lange dauert es aktuell, wenn man eine Säber-Ausland-Überweisung machen will und die Gebühren, die dahinter stecken, ist natürlich super teuer und das wird in Zukunft besser werden. Und wo wir jetzt gerade sind, wir gucken mal rechts unten, wir sind jetzt hier unten in dieser Migrationsphase. Genau, die startet nämlich jetzt am kommenden Montag, dem 20. März und da ist es dann so, dass alle Teilnehmer den neuen Standard schon mal annehmen können müssen und dann haben sie zwei Jahre Zeit zu verproben, ob alles super funktioniert. Also wir sind jetzt in einer zweijährigen parallelen Existenz der alten und der neuen Technologie und dann 2025, Ende 2025, da wird alles scharf geschalten, bedeutet, alte Technologie wird weggehauen und nur noch die neue darf benutzt werden. Und da stecken wir drinne und hier geht es jetzt auch darum, Krypto-Projekte werden da drinne involviert sein. Wir schauen uns jetzt nochmal eine andere Grafik an, welche Krypto-Projekte da involviert sein werden. So, wir sind jetzt mal auf einer Grafik und auf der Grafik sehen wir einfach schon Projekte, die aktuell ISO 222 zertifiziert sind, also konform sind und in der Zukunft genau in diesem Standard einen großen Part beihaben werden, also eine wichtige Rolle spielen werden. In der Mitte sehen wir ganz groß mein Lieblingsprojekt, Quant. Quant mit seiner überlegenen Overledger-Technologie und für den Part der Interoperabilität. Wir sehen links oben Ripple, Ripple als eventuelle Brückenwährung. Wir sehen Stellar Loom für grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr. Wir sehen darunter Hedera Hashgrab mit seinen ganzen DApps-Funktionalitäten. Wir gehen weiter, wir haben XTC, wir haben Algorand, wir haben hier unten Yota mit seiner Tangle-Technologie und wir sehen hier auch große Namen wie IBM. Wir sehen Sachen wie JP Morgan. Also da sind wirklich große, große Namen dabei und aktuell gibt es schon halt diese zertifizierten Projekte aus dem Krypto-Bereich. Und umso näher wir uns dem Endziel nähern 2025, umso mehr Bedeutung werden diese Projekte kriegen. Und wir können uns ja nur vorstellen, stellt euch mal vor, Quant wird das Projekt, das die ganze Interoperabilität des internationalen Zahlungsverkehrs verwalten wird und Ripple wird die Brückenwährung werden. Wir können uns ja kaum vorstellen, was für einen Push das für diese Projekte haben muss, beziehungsweise allgemein für den Krypto-Technologie-Markt im Generellen und die Akzeptanz auf unserer Welt. Und wenn diese einheitliche Sprache im Jahr 2025 umgesetzt ist, also die ISO ist scharf geschalten, hat das natürlich einen Einfluss auf jegliche Handelsform, die wir kennen. Das muss uns bewusst sein. Sei es der normale Handel, es können Kartenzahlungen sein, normale Payments, Sicherheiten, aber auch Devisenzahlungen. Und das mal ein Volumen sich umzurechnen. Das bedeutet 80% von jeglichen Transaktionen, die in der Welt durchgeführt werden, wo großes Volumen drin steckt, also jetzt nicht der kleine Euro, 80% respektive 87% sämtlichen Handelsvolumens der ganzen Welt wird darüber dann durchgeführt werden. Das sind Billionen und Aberbillionen an Dollarn, die hin und her geschoben werden. Und das über den neuen ISO-Standard. So, was bedeutet das jetzt für uns? Ich sage es euch, gar nichts. Das ist die knallharte Wahrheit. Trotz allem, ich bin mal gespannt, was passiert ab dem 20. März, wenn wir in diese Migrationsphase starten, ob das einen Impact haben wird, positive News, positiver Impact für die entsprechenden Coins, für diese Krypto-Projekte, die in der ISO-Norm integriert sind, beziehungsweise zertifiziert sind. Ich persönlich glaube, vielleicht marginal, aber nicht wirklich relevant. Aber wo ich wirklich gehypt bin und deswegen, ich werde keiner meiner Coins bis dahin verkaufen, die in dieser ISO-Norm mit drin sind. Vor allem Quant, das ist ja ein Riesending in meinem Portfolio. 2025, wenn die ISO-Norm abgeschlossen ist, der internationale Zahlungsverkehr wurde technologisch revolutioniert und Krypto-Projekte sind ein Teil davon. Ich glaube, das wird richtig, richtig reinknallen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, was noch 2025 wahrscheinlich passieren wird. Wir haben 2024 das Bitcoin-Halbing. Und historisch gesehen war immer danach der Bullenmarkt. Also wenn es richtig Bombe läuft, habe ich 2025 einen Bullenmarkt plus die Umstellung auf die ISO-Norm und meine Krypto-Projekte, die ich glaube, sind da drin ein Teil. Es kann einfach nur bombastisch werden. Und neben den finanziellen Anteilen, also klar will ich Gewinne machen, wäre gelogen, wenn nicht. Aber das kann ein Riesenhype allgemein für Krypto-Technologien sein. Wenn der internationale Zahlungsverkehr darauf setzt und es benutzt, da werden noch ganz, ganz andere Szenarien sich für uns eröffnen. Daher, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, denkt doch dran. Ey, Kanal abonnieren, ich brauche euch.